Hallo zusammen, wenn ihr dieses Video seht, dann bedeutet das, dass mein Kanal, Aktuarium, von YouTube für mindestens eine Woche lang gesperrt wurde. Das heißt, ich kann keine neuen Videos in dieser einen Woche hochladen. Höchstwahrscheinlich deswegen, weil irgendeines meiner letzten Videos gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hat und deswegen gelöscht wurde und ich dann eine einwöchige Upload-Sperre erhalten habe. Welches Video das war, kann ich euch nicht sagen, denn dieses Video hier habe ich euch vorsorglich aufgenommen, als es noch keine Sperre gab. Heute ist nämlich der 7. Juli 2021. Ich werde es euch aber im Titel dieses Videos reinschreiben, welches das Video war. Das Video werdet ihr dann, was gesperrt wurde, was gelöscht wurde, könnt ihr dann in meinem Telegram-Kanal nachschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in einer Woche wieder. Ich hoffe aber, dass diesmal dieses Video tatsächlich nicht gesehen werden muss. Gerade vor zwei Tagen wurde erst mein Kanal gesperrt und dann nach einem Tag wieder entsperrt und da habt ihr auch schon so ein Video gesehen, deswegen muss ich auch ein neues Video jetzt hochladen. Ich hoffe aber, dass ihr, wenn überhaupt, das erst in ferner, ferner Zukunft sehen werdet, vielleicht 2022 oder später. Ciao!